Es gibt ein paar Alessie-Veränderungen, also wenn du dich für mich und oder meine neue Show interessierst, bleib dran. Ganz genau, meine neue Show, ein Podcast. Kennst du Conan oder Late Show mit Craig Ferguson? Das finde ich gut. Nicht so ein Quatsch wie Jimmy oder Jimmy. So eine Show gemischt wird ein Podcast. Eine Comedy-Talkshow. Es wird Sketche geben, Comedy-Bits und natürlich Gespräche. Da ist aber keiner, der es professionell macht. Kein Studio, keine weltbekannten Gäste. Nur ich und irgendwelche Leute, die du vielleicht kennst, vielleicht auch nicht. Und ich bin unfassbar schlecht in Konversationen führen. Also ich kann nicht gut mit Leuten reden, also hole ich mir jetzt jede Woche eine neue Person ran und rede mit ihr. Dann lerne ich das. Deswegen heißt die Show auch reden. Auf diesem Kanal gibt es dann nur noch Videos aus meinem echten Leben. Das kommt weiter Vlogs und es wird eine neue Viener Zins-Doku-Reihe zum Podcast geben. Ich könnte mir ja vorstellen, dass du noch jeden zweiten Monaten ein Video kommt. Da bekommt der Podcast wöchentlich. Abonniert ihn hier kostenlos auf YouTube, um die erste Folge nur wenn man nicht zu verpassen. Du kannst ihn aber auch auf allen Podcast-Plattformen hören. Podcasts finde ich gut, weil man die nebenbei hören kann. Beim Spülen, Gassi gehen, Bus fahren und denk dran, ich muss das erst lernen. Also wenn dir die erste Folge nicht gefällt, vielleicht die 10. Mit der ersten Podcast-Volge und auch die erste Doku-Folge. Der nächste Vlog kann noch was dauern, ich muss nur noch Freunde finden. Guck und hör dir den Podcast an, ich glaube das wird echt eine gute Show.